Es scheint ein Dämon in unserem Haus zu sein. Vor drei Monaten begegnete dein Bruder einer Schar von Räubern. Er befreite ein Mädchen aus ihren Händen. Ihr Name ist Shawai. Ich möchte es nicht kaufen. Oh, Sie möchten doch. Zur gleichen Zeit tauchte in der Stadt ein Mörder auf, der den Menschen ihre Herzen aus den Leibern schnitt. Ich habe außer mit dir nur noch mit dem Wahrsaber über die Sache gesprochen. Aber am nächsten Tag starb er. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Untertitelung des ZDF, 2020